Trump Doku reingehen auf Ernst? Eine Stunde geht die? Oder ob wir erstmal auf das Rezo Video reingehen. Da bin ich tatsächlich, Ziele setzen super, sollten aber nicht irrational und realitätsfairn sein. Genau. Und am besten in kleine Etappen und dann am besten möglich sollte es sein, dass man Ziele so runterbricht, dass man sie in kleine Etappen überschaubar, gerade für mich, weil ADHS und so was und Konzentration, Aufmerksamkeit, Spannung, Ziele so runterbrechen, dass man sie in Etappen runterbrechen kann und überschaubar verfolgen kann, so dass man immer wieder kleine Erfolgserlebnisse sammeln kann und dadurch mehr Motivation, um dann das nächste Teilziel anzuverfolgen. Also so muss ich eigentlich alles machen in meinem Leben, weil ich sonst mitten auf dem Weg die Orientierung verliere und irgendwo anders abbiegen und wegrenne und vergesse, wo ich, warum ich aufgestanden bin. So sollte man das, glaube ich, generell haben, um nicht halt Höhenflug zu kriegen oder sich zu verirren. Nichtsdestotrotz kann ich ja nicht von mir auf andere schließen. Ich würde behaupten, dass die Mehrheit der Menschen deutlich zielstrebiger ist und disziplinierter. Dementsprechend zieht euer Ding durch und sowas. Ich weiß gar nicht, worüber ich rede, aber ich wollte einfach einen Übergang machen zu dem Video, das wir uns jetzt angucken werden. Denn Rezo hat ein Video zu Christian Wolf gemacht. Er hat es ja auch in der Vergangenheit angekündigt, vor zwei Wochen, dass er ein ganzes Video zu dieser ganzen Thematik Christian Wolf, ESN und More Nutrition machen wollte. Und ich glaube, das ist es jetzt. Tatsache. Und ich bin sehr gespannt, weil wir haben ja auch schon ein paar Reactions gemacht. Ich habe damals auch schon mit dem Luca gesprochen gehabt, der ja auch schon mal in Christian Wolf reingelaufen ist, digital. Und abgegriffed hat ja auch ein Video gemacht zu der ganzen Thematik. Hat das auch mal auf seine Weise alles nochmal zusammengefasst. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie ein Rezo, die sehr unglaublich komplexe, sehr, sehr krasse Thematik aufgreift und aufarbeitet. Und dieses Intro ist so heftig lang. Wird sich keiner geben, aber YouTube selber schuld. Rein da! Hey guys, in diesem Video geht es vor allen Dingen um Christian Wolf. Das ist einer der Gründer von More Nutrition. Ich möchte in diesem Video die häufigsten Vorwürfe und Kritiken zusammenfassen, die aktuell in diesem Themengebiet im Raum stehen. Normalerweise, wenn ich recherchiere, gibt es super viele seriöse Quellen, die ich dann durchgehen kann. Also zum Beispiel Zeitungsartikel von FAZ, Spiegel, Zeit Online oder so. Bei denen findet man aber zu diesem aktuellen Thema gar nichts. Also es gibt relativ wenige seriöse Medien, die sich überhaupt damit befasst haben. Wundert mich tatsächlich nicht, wenn man da was Falsches sagt, wird man abgemahnt. Oder wurde in der Vergangenheit abgemahnt. Ganz natürlich auch immer noch. Dazu weiß ich aber nicht, ob generell zurzeit Abmahnungen auf der Tagesordnung stehen. Aber gerade wenn es um so wichtige und große, große, wichtige, nicht unbedingt, aber große, Personen des öffentlichen Lebens geht, die auch kapitalstark sind, sollte man schon vorsichtig sein, was man sagt. Wie man sagt vor allem. Und wegen dieser wenigen seriösen Belege und weil die Thematik für Außenstehende sehr undurchschaubar ist, ihr werdet sehen, das sind unfassbar viele Infos und verschiedene Themen. Deshalb wird dieses Video den Fokus vor allen Dingen auf eine nüchterne Darstellung von Informationen legen. Für die Leute, die davon bisher wenig mitbekommen haben. Klar, meine Meinung bringe ich deutlich rüber, aber die sollte hier nicht so krass im Fokus stehen, wie zum Beispiel bei einem Zerstörungsvideo oder so. Ist auch so schon alles kompliziert genug. Deshalb habe ich diesmal bei den Recherchen auch super viel mit Leuten gesprochen. Also mit JournalistInnen oder Betroffenen oder Beteiligten oder so. Also hierfür habe ich Dutzende Stunden allein nur mit Telefonaten verbracht. Moin, Edith. Dann alles zu sammeln, auszuwerten, vor allen Dingen verständlich in ein Video zu packen, hat mich ziemlich viel Zeit gekostet. Und weil ich die letzten Wochen nicht so viel Zeit übrig hatte, weil mich beruflich, aber vor allen Dingen auch private Angelegenheiten sehr beansprucht haben, hat sich das jetzt echt über Wochen gezogen. Aber jetzt habe ich es fertig. Full Disclosure an der Stelle. Christian Wolf ist mittlerweile bei Moor komplett raus, was auch unabhängige Medienberichte bestätigen. Trotzdem, weil ich... Ja, das ist tatsächlich für mich der einzig relevante Fakt, ob sich ein Creator wie Rezo von der Marke distanzieren müsste. Weil die Person, um die es hier geht, die die ganze Kontroverse halt umfängt, ist nicht mehr Teil dieses Unternehmens. Dementsprechend meiner Meinung nach müsste sich ein Rezo oder andere Creator nicht mehr automatisch von der Brand distanzieren. Weil die Brand ja auch schon Konsequenzen eingegangen ist, um diesen Menschen eben halt nicht mehr... Ah, erwischt, haha, unterhalt. So. Deswegen jetzt irgendwie ihn weiter zu attackieren oder unter Druck zu setzen, davon würde ich absehen, sondern ich würde es halt gut finden. Das macht er hier ja auch, dass er seine Verantwortung als reichweitenstarker Mensch wahrnimmt und das Thema halt angeht. Weil da könntest du dich jetzt auch totschweigen. Weil, ne, die Verantwortlichen haben ja sozusagen Konsequenzen folgen lassen. Eigentlich ist das Thema ja durch. Macht er nicht, er spricht es an, er arbeitet es auf. Unabhängig, wie es aufgearbeitet wird, dazu können wir uns ja an dem Punkt noch kein Urteil wagen. Macht er es, und das finde ich schon mal gut, das finde ich schon mal lobenswerter vorzuheben. Weil ich auch eine Kooperation mit Mo habe, war es mir wichtig, mich auch für mich selbst halt mit dem Thema zu befassen. Und ich habe natürlich dieses Video von niemandem beeinflussen lassen, wie immer. So, es gab verschiedene Kritik und Vorwürfe, die in den letzten Wochen im Raum standen. Das mit Abstand krasseste Thema war aber, dass mehrere Menschen von unbekannten Nummern kontaktiert und bedroht wurden. Darum soll es jetzt hier auch am Anfang des Videos gehen. Und der zweite Teil des Videos ist dann eine Zusammenfassung von ganz vielen anderen Themen, die teilweise auch viel, viel älter sind, aber in diesem Kontext halt nochmal thematisiert wurden. Aber jetzt starten wir mit dem aktuellen Thema. Also es gibt zwei Fälle, die jetzt seit wenigen Wochen auch öffentlich sind. Ich hatte zu diesen beiden Opfern die letzten Wochen auch guten Kontakt gehabt und schätze ihre Aussagen als absolut, absolut glaubwürdig ein. An einer anderen Stelle haben sie sogar ihre Aussagen eidesstattlich versichert. Jetzt starten wir erstmal mit der Schilderung von Luca. Ich versuche mich möglichst kurz zu halten, damit alle... Mit Luca hatte ich tatsächlich in der Vergangenheit auch Kontakt, Anfang des Jahres. Da waren aber noch keine Drohungen und solche Geschichten im Raum. Das, was dem widerfahren ist, unabhängig der Drohung, ist auch anders wild, hat aber abgegriffen, in seinem Video auch schon aufgegriffen. Finde ich sehr stabil, dass Rizzo da den Kontakt zu ihm auch aufgenommen hat. Ich meine, der Junge ist 17, ne? Damals war der 16. Luca ist 17 Jahre alt und macht Fitness-Content. Er hatte ein kritisches Video gemacht, das Christian Wolf nicht gefallen hat. Christian Wolf schrieb Luca das auch und Luca antwortete, dass diese Nachricht von Dreistigkeit nicht zu überbieten sei. 28 Minuten später ruft eine unbekannte Nummer Luca an. Er sieht es auch später, ruft zurück und dann sagt er, ist das passiert. Ich habe mir nichts dabei gedacht und war auch total unvorbereitet. Es kam so plötzlich, dass ich mich gar nicht mehr genau daran erinnern kann. Aber sinngemäß habe ich gefragt, hallo, wer bist du? Und dann kam als Antwort, und das weiß ich noch, wir treffen uns persönlich, dann zeige ich dir, wer ich bin. Und aufgelegt. Luca hat daraufhin die Videos, um die es in der Konversation mit Christian Wolf ging, offline genommen. Am nächsten Tag schrieb ihm dieselbe Nummer dann auf WhatsApp. Luca, altes Haus. Ich sehe, die Videos sind draußen. Und etwas weiter dann, hör einfach auf zu nerven, bist noch jung, mach deinen Sport, lebe dein Leben, bleib gesund und alles ist gut. Und falls du weiter witzig sein möchtest und denkst, du wärst cool, und dann schickte die Person Luca, Lukas eigene Adresse. Und danach können uns ja dann auch persönlich unterhalten. So, völlig egal, wie das jetzt juristisch zu bewerten ist, jeder Mensch versteht, dass das eine Drohung ist. Und dann, also das alles an Grenzen überschritten worden. Ich muss hier, glaube ich, nicht betonen, dass das gar nicht klar geht und absolut verurteilt gehört. So viel zur Schilderung von Luca. Jetzt geht es um einen zweiten Fall. Da geht es um die Schilderung von Aileen. Aileen macht auf ihrem Instagram-Kanal Gossip News und hatte da auch Inhalte gegen Christian Wolf geteilt. Wenige Tage, nachdem das bei Luca passiert ist, bekommt sie einen Anruf von einer österreichischen Nummer und vor allen Dingen viele, viele Nachrichten. Die Person schreibt, Ich bitte dich einmal höflichst, die Videos über den Christian Wolf runterzunehmen, alles rauszunehmen. Dann schickt man ihr sogar eine Vorlage von einem Statement, das sie veröffentlichen soll. Da steht dann drin, Da ich selbst zugeben muss, dass ich viele Aussagen nie geprüft habe und einfach gepostet habe, ziehe ich diese Aussagen offiziell zurück. Und bis auf Weiteres werde ich diesen Instagram-Account nicht mehr betreiben. Nachdem sie dann sagt, dass sie das nicht posten wird und ihren Kanal auch nicht löschen wird, kommt die Aufforderung, sie müsse sich bei Christian entschuldigen. Oder so Texte wie, bitte alles über Wolf löschen. In Zukunft den Namen nicht mehr erwähnen bitte und irgendwas über ihn reden. Oder, du hast ihn öffentlich gedemütigt. Bitte lösch mal die Sachen. Die Person schickt Aileen sogar Sprachnachrichten. Da hört man halt einen österreichischen Mann, also mit österreichischem Akzent. Und der sagt dann, Was sind das für, also, was für gedemütigt und I, what the fuck? Bro, also, wie fragil denn? Ich meine, also, was? So Sachen wie, Ey, Aileen, ich will dich ja nicht bedrohen hier, ne? Ja, klar. Würde man die Zeit und Energie in Sinnvolles stecken, ja. Ja, es ist, also, es ist halt... Niemand bedroht hier irgendwen. Sure, Digga. Er sagt doch in der Sprachnachricht, es ist besser, Freunde zu finden, als sich Feinde zu machen. Und es hat... In dem Kontext, keine Drohung. Netter Ratschlag. ADM1RAL-Hipster-Cheert-X100 Gedemütigt sind Österreicher normalerweise doch nur dann, wenn sie an einer gewissen Kunstschule abgelehnt werden, Kappa. Danke für die 100 Bits. Wow. Heißt, wenn du der Meinung bist, du willst es darauf ankommen lassen, dann bin ich ab jetzt auch der Meinung, dass wir es darauf ankommen lassen. Und er schickt Aileen ein Foto von ihr selbst und fragt, bist du das? Aileen löscht irgendwann die Inhalte über Christian Wolf. Vorher stellt sie ihren Instagram-Kanal aber auf privat. Wenn ein Kanal auf privat ist, dann können ja nur die Follower die Inhalte sehen. Und weil der Österreicher überprüfen wollte, ob sie die Inhalte wirklich gelöscht hat, hat er ihr dann eine Anfrage gestellt und dadurch wusste Aileen auch den Instagram-Kanal, wo sie auch seine Stimme wiedererkannt hat. Da tippt überhaupt gar keinen Fick da drauf, erkannt zu werden. Was ist denn los mit den Leuten? Kurze Zeit später schrieb ihr eine deutsche Nummer. Und zwar genau dieselbe deutsche Nummer, die auch Luca kontaktiert hatte. Die beiden Nummern gehören ganz offensichtlich zusammen, weil der Chat startet mit grüß dich Aileen, du hattest ja schon eben das Vergnügen mit einem der Leute. Und von da kommen halt wieder bedrohliche Sachen. Also so Texte wie die Sache hier muss nicht eklig werden, aber sie kann es von mir aus sehr gerne. Oder ich muss dir nicht drohen, ich lasse Taten sprechen oder deine Adresse haben. Ist ja keine Drohung. Hab ich schon und es wird auch angekündigt, Leute vorbeizuschicken. What the fuck? Vor allen Dingen waren diese letzten Drohungen völlig unnötig, weil Aileen ja schon die Inhalte über Christian Wolf gelöscht hatte, also die Forderungen erfüllt hatte. Ja, da geht es halt nur um Macht, ne? Da geht es nur nochmal, um aufzuzeigen, wir sind die Mächtigen und du bist schwach. Nur deswegen wird ja in so einem Kontext nochmal gedroht. Einfach nur um der Einschüchterungswillen, dass auch ja, jeder weiß so, hey, wir sind hier, ne, die das Sagen haben. Das diente also einfach nur der generellen und dauerhaften Einschüchterung. So, ihr habt jetzt die Zusammenfassung gehört von diesen beiden Fällen, also von den Schilderungen von Luca und Aileen. Und meine Einschätzung ist, dass diese Schilderungen absolut glaubwürdig sind. Das ist sch... Irgendjens wurde doch auch sogar bedroht. Also angemacht, nicht bedroht, angemacht. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das öffentlich ist. Vielen Dank für die 100 Bits an der Stelle, da hat mir realisiert. Sorry, dass wir mal wieder Stream-Element nicht will. Hm. Ich würde ja auch Spaß zu... 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 dass ich von... Ja. Hm. Hm. Äh, abgegrieft, abgegrieft. Ja, das ist ja auch, der hat sich ja auch zu den ganzen Themen schon in der Vergangenheit relativ viel geäußert. Hm. Und auf Instagram hat selber Bilal, hm, ich glaube, das ist der Österreicher, hat dann angefangen, ihn zu kontaktieren. Ihm zu schreiben. Und zum einen so, dass er das ja alleine macht und unabhängig von, ähm, Christian Wolf und so und dass er nicht zu dem, die das nicht zugehört und dass er sich persönlich dazu entschieden hat, da irgendwie den Kontakt aufzubauen. Dass er, dass, äh, kein Kontakt mit was, was ich wem hat. So, also. Keine Ahnung, was da geht, halt. Aber das scheint irgendwie normal zu sein in den Kreisen. Scheinbar so passiert. Und ich hab mich hier schon wirklich kurz gehalten, weil man für die gesamte Geschichte mindestens eine Stunde bräuchte. Dazu gibt es übrigens unter anderem von Aileen einen YouTube-Podcast, der geht anderthalb Stunden. Also gebt euch den gerne, wenn ihr mehr Details wollt. Beide Opfer sind natürlich auch zur Polizei gegangen, aber die hat offensichtlich nicht so viel gemacht. Ich hab teilweise auch angeboten, Anwaltskosten zu übernehmen, einfach um auf diesem Weg auch mehr Druck zu machen, aber wie viel dabei rauskommen würde, das kann ich als Nicht-Jurist überhaupt nicht. Also Aileen? Gehört der Podcast? Ja. Dann hatte ich ja auch Kontakt zu ihr. Boah, was hab ich mich irgendwas für Fahrwasser hab ich mich dann da begeben? Was? Ich check das ja gar nicht. Ich kenn die ganzen Namen ja nicht. Und ich bin ja auch in der Instagram- und Fitness-Szene gar nicht so tief drin. Deswegen weiß ich halt echt nicht, wer wer ist und wie deren Creator-Namen heißen oder sowas. Aber in dem Podcast hab ich kurz reingeschnuppert. Und ne Gossip-Seite, die auch betroffen ist, der folge ich und mit der hatte ich auch Kontakt. Aber ich wusste halt nicht, dass das so tief drin ist. Also dass sie ja auch involviert war. Ich dachte, das waren halt drei andere Leute. What the hell? Aber gut, dass Rezo sich jetzt dazu äußert. Das ist... Ich war noch im Überlegen, ich hatte auch mit UpGereef gesprochen, ich war noch im Überlegen, auch ein Video dazu zu machen. Und jetzt kommt noch eine Sache obendrauf und sorry für den Informations-Overload. Ich weiß, es ist viel, aber es wäre weird, das Folgende in diesem Kontext wegzulassen. Es sind WhatsApp-Chats veröffentlicht worden, in denen Christian Wolf gerichtet an seine Ex-Freundin sagt, dass sie bestimmte Inhalte entfernen soll. Und wenn nicht, dann wird sie Angst vor ihm haben müssen, einmal noch und sie wird nie wieder Instagram machen. Und danach, es hätte einen Grund, dass gerade Links- und Rechts-Statements verschwinden. Dieses Verhalten im Chat ist absolut inakzeptabel. So spricht man nicht mit seiner Verlobten, auch nicht mit seiner Ex-Verlobten. Spricht man mit niemandem? Verlobten oder mit irgendwem anders. Man hat mit niemandem so zu reden. Punkt. Dieser Chat, die Bedrohungen an Aileen und die Bedrohungen an Luca waren in einem 3-Tage-Zeitraum. Also alles relativ close beieinander. Ich muss und möchte auch an dieser Stelle clean sein und betonen, dass nicht belegt ist, dass Christian Wolf irgendetwas mit den Bedrohungen von Aileen und Luca zu tun hat. Also es nicht belegt, dass seinetwegen Leute bedroht wurden, die hätten ja auch theoretisch alleine handeln können. Er selbst bestreitet auch irgendwen beauftragt zu haben. Ich darf und werde hier natürlich deswegen auch keine Unterstellung machen, aber ich habe die Informationen zusammengetragen, damit sich jeder ein eigenes Bild davon machen kann. So, das war das aktuell größte Thema. Sag Christian Wolf nicht selber auch irgendwie, dass wenn er Probleme kriegt, dass sich Leute dazu ermutigt fühlen könnten, dass andere, weil er gewinnt, also war das von jemand anderem? Irgendjemand sagte das auf jeden Fall, ich weiß nicht, wer es war, ich will es jetzt niemandem in den Mund legen, aber irgendjemand sagte, dass wenn ein Christian Wolf anfängt Probleme zu kriegen aufgrund von Marketing und Gewinneinbußen und sowas, dass andere Menschen davon beeinflusst werden könnten, die das gar nicht mal so gut finden würden und dann wird es in einem gewissen Film lostreten und in dem Film will man nicht. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das klingt ja schon nach einem gewissen Bewusstsein bezüglich der Konsequenzen von Kritik gegenüber einer gewissen Person, ohne mich zu sagen, wie rechtlich angreifbar zu machen. Deswegen, also das komplett losgelöst zu betrachten, isoliert, ein paar Leute kritisieren Christian Wolf und plötzlich werden ein paar Leute, die natürlich, alles nichts zu tun miteinander, so werden dann plötzlich bedroht, mir fällt das dann schwer, Dinge im Vakuum zu betrachten. Das könnt ihr ja gerne tun, für mich, ich kann das nicht. Ich will natürlich auch nichts unterstellen an der Stelle, aber warum soll man plötzlich bedroht werden? Also ich verstehe das alles nicht. ...in dieser Richtung und es war wie ein fucking schlechter Krimi. Ich meine, was ist sowas? Das ist nicht normal, dass sowas passiert und das darf auch nie normal sein. Monotition hat sich, by the way, von dieser Sache absolut distanziert. Die haben teilweise auch Direktkontakt mit Betroffenen gehabt, haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet und haben eine externe Kanzlei damit beauftragt, Informationen zu sammeln, die dann der Staatsanwaltschaft übergeben wurden. Kurze Randnotiz noch dazu. Ich war zuerst ein bisschen irritiert, dass sie nur Anzeige gegen Unbekannt erstattet haben, weil bei einem der beiden Täter der Vorname, Wohnort, Aussehen so eigentlich ziemlich klar sind. Also dachte ich so, hä, warum Anzeige gegen Unbekannt? Das ist doch offensichtlich der Peter aus Wuppertal. Also jetzt nicht Peter aus Wuppertal, aber ihr versteht das Prinzip. Aber ich habe dann rausgefunden, dass das wohl juristisch so definiert ist. Also man muss auch, wenn man starke Hinweise auf die Identität einer Person hat, trotzdem Anzeige gegen Unbekannte erstattet, wenn man nicht alle notwendigen Identifikationsmerkmale erfüllt hat. Insofern habe ich das verstanden und das scheint der Grund zu sein. So, so viel zu diesem Bedrohungsthema. Mit diesem Thema ist in letzter Zeit dann aber auch noch mal andere Kritik wieder hochgekommen, teilweise in Richtung Christian Wolf, teilweise aber auch in Richtung von anderen Influencern von Moor oder sogar Moor selbst. Da geht es größtenteils natürlich nicht mehr um so heavy shit. Teilweise wird es sogar ein bisschen wissenschaftlich. Da ging es teilweise um aktuelles, aber auch viel um älteres. Teilweise von jetzt kriegt der arme Peter aus Wuppertal Drohungen, weil Riesel wie in dem Video erwähnt hat. Peter 85 aus Wuppertal was wollen die jungen Leute von mir? Seriösen Quellen, teilweise von unseriösen Quellen, teilweise mit gesicherten Informationen oder auch nicht, teilweise direkt als valide erkennbar, teilweise auch nicht. Es ist so unfassbar viel Content, vor allen Dingen in der Fitness- und Gossip-Szene, darüber gepostet worden. Und manches davon gucken wir uns jetzt an, aber natürlich ist dieses Video keine vollständige Liste davon. Das soll dieses Video auch gar nicht sein, weil ab irgendeinem Punkt gehen natürlich Themen einfach unter. Allein der ganze Beef, den es zwischen verschiedenen Konkurrenzmarken beziehungsweise ihren Gründern oder Influencern... Der ist schon gewaltig. Da hat Flying Uwe damals ein Video zu gemacht. Allein das war schon krass. Der Beef, den Flying Uwe mit der More Nutrition und ESN Group durchgesagten Wolf hatten. War schon krass. was da angesprochen wurde. Also, ehrlich, diese ganze Szene, die ist halt Bilderbuch-toxisch. Und das wundert mich überhaupt nicht, weil Bodybuilding ist krank-toxisch. Es ist so krank-toxisch. Deswegen, besser Powerlifting machen als Bodybuilding. In den letzten Jahren in dieser Bubble gab, mit vielen Video-Statements hin und her, das ist ein Rabbit Hole. Allein damit könntest du eine Doktorarbeit füllen. Aber ich möchte in diesem Video halt die Themen behandeln, die ich einfach oft gesehen habe. Also in Kommentaren, DMs, bei seriösen Medien und so. Also, nächstes Thema. Wenn ihr mich verfolgt, dann könnte es sein, dass ihr More Nutrition in erster Linie von mir kennt oder halt von so YouTuber-Streamer-Innen wie zum Beispiel Reefd. Ich gebe euch natürlich wie immer Bescheid, wenn es Rabatte bei More Nutrition gibt. Und dann kennt ihr am ehesten wahrscheinlich die Produkte, mit denen man Zucker sparen kann. Das finde ich jetzt gerade wieder ein bisschen schade. Rezo hat man hart gepressiert, dass er ein Statement bringt. Und dass er sich ja distanziert, dass er ein Heuchler ist. Aber zu Reefd habe ich nichts gehört oder gelesen. Wenn sie auch Placements und sowas gemacht hat zu ESN und More Nutrition. Das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil ich habe halt auch gesehen, so in den Kommentaren. Die Leute warten halt wirklich, bis sie Steine auf Rezo schmeißen können. Und I know Reef hat andere Probleme, aber das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Das hat überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun. Die macht die immer noch. Ja, safe. Also, dass Reef mental belastet ist oder halt Kopfschmerzen oder chronische Krankheit hat oder sowas, das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Das ist ja kein Freifahrtschein für Kritik. Überhaupt nicht. So, aber Proteine zu sich nehmen kann. Aber die stellen neben solchen Produkten noch andere Sachen her, zum Beispiel auch Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel. Also zum Beispiel für, weiß ich nicht, Omega 3 oder Vitamin D oder irgendwie sowas halt. Und manche InfluencerInnen von More machen dafür halt auch Werbung. Und für sowas gilt, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo einen Mangel habt, dann kann es obviously sinnvoll sein, sowas zu supplementieren. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr beim Arzt mal meine Werte checken lassen und sollte daraufhin in Bezug zum Arzt in Bezug zum Arzt diese Mangel supplementieren. Nicht einfach so, ja, aber ich glaube, ich habe da einen Mangel, dann mache ich das mal so. Das ist nicht smart. Reefd ist kein Minus-YouTuber. Nach eigenen Ansagen, nach eigenen Ansagen ist Reefd auch kein Minus-YouTuber. Ich würde nicht sagen, dass das der Maßstab ist, um sich zu Kritik zu äußern. Vor allen Dingen Vitamin D und Vitamin B12 Supplements nehmen. Und nach drei Monaten waren die Werte bei mir schon viel besser und seitdem achte ich da ein bisschen mehr drauf als vorher. Also es ist gut, dass es Supplements gibt, aber die sind keine Medizin und dürfen nicht als solches beworben werden. Und genau dazu gab es in der Vergangenheit Kritik. Er sagt, aber das ist halt, das verstößt ja auch gegen hier Europarecht und auch Wettbewerbsrecht, das weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall nicht unproblematisch. Zum Beispiel wurde letztes Jahr an Christian Wolf kritisiert, dass er ein Supplements-Produkt als eigentlich schon ein Medizinprodukt beschrieben hätte. Und so kann man Supplements nicht beschreiben oder framen, weil dann klingt das ja so, als sei das ein Arzneimittel. Für Arzneimittel gelten nämlich andere Anforderungen. Komplett andere. Das geht gar nicht. Noch schlimmer wäre es, wenn man sagen würde, ja das Supplement, das hilft ja auch gegen Krankheit X oder Y. Das geht halt gar nicht. Das geht halt wirklich nicht. die man erfüllen muss. Zum Beispiel muss man dann in Studien nachweisen, dass sie halt gegen eine bestimmte Sache helfen oder welche Wechselwirkungen und Nebenwirkungen sie haben. Also Arzneimittel und Supplements sind was unterschiedliches und deswegen durfte Christian Wolf halt dieses eigentlich schon ein Medizinprodukt so nicht sagen. In einem anderen Fall wurde er mal kritisiert dafür, dass er einen Zusammenhang zwischen Melatonin und Krebs hergestellt hat und in diesem ist es wohl beschlossen. Scheiße. Ich habe das letzt gesagt gehabt, dass ich mir dafür bezahlen lasse, das Video zu gucken, dass ich das nicht frei wie ich tue. Habe ich gesagt gehabt, ne? Scheiße. Nein. Das tut weh. Aber, 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 Danny zückt den Scheck. Ganz starker Schmerz, viel, viel Dank für die 10er-Sockbombe. Auf jeden Fall. Das ist ganz schlimmer Schmerz. Das ist ganz schlimmer Schmerz. Da kann man ja erst nicht mehr drum rum, wa? Das mit dem Heilversprechen hatte ich auch schon bei den Quarks mitbekommen. Ich nicht tatsächlich und das ist anders widerlich. Also, Melatonin soll ja helfen, dass man leichter schlafen kann. So, ne? Das soll ja helfen. Angeblich. Keine Ahnung, habe ich es nie versucht. Da aber halt überall Schneidungen mit Krebs ist es halt ekelhaft. 20, man. Lass mich doch, ich will nur wieder sehen, wie T-Tech nach aller Regel auseinander wird. Danke für die 100 Bits. Der Triggerpunkt ist bei 42 Abos, dachte ich. 10 ist schon reasonable. Es gibt einen Weg drumherum. Leider habe ich kein Mandat, um zu übernehmen. Oh. Also, das ist halt, also ich habe nichts von dem Heilversprechen gehört. Das wusste ich halt wirklich nicht. Und ich fand den Menschen schon vorher relativ kritisch so und ein bisschen unangenehm, weil er hat sich halt so eine Personal Brand aufgebaut, die so ein bisschen um ihn herum aufgebaut ist und das gibt mir dann halt wieder so ein bisschen Persönlichkeitskult-Vibes und da ich jegliche Art von Persönlichkeitskult immer ein bisschen skeptisch eingestellt bin und eigentlich charismatische Menschen hasse, weil ihnen Ecken und Kanten fehlen oder die einfach drüber hinweggesehen werden, so. Finde ich das generell als kritisch. Aber ein Heilversprechen und ein Bezug zum Krebs, so, das ist gefährlich. Das ist halt egal. Da gab es doch hier Sarah's Secret, so. Hier hat es doch gemacht. Da hat Just Nero auch ein Video zu gemacht und es ein bisschen eskaliert, so. Hat er gar nicht witzig gefunden und ist es halt einfach nicht. Im Kontext eben auch ein Melatonin-Supplements-Produkt beworben hat. Es wurde sogar auf einem Bild in einer seiner Gruppen der Ausdruck Anti-Krebs-Effekt benutzt. Und das darf man halt auch nicht. Also man darf nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ein Nahrungsergänzungsmittel gegen eine Krankheit hilft. Bei diesen Gesetzen über Nahrungsergänzungsmittel geht es übrigens teilweise nicht darum, ob eine Aussage korrekt ist, sondern ob sie erlaubt ist. Die Regeln sind da so weitgehend, dass man zum Beispiel nicht sagen dürfte, wenn du einen Vitamin-D-Mangel hast, dann hilft dieses Produkt mit Vitamin D. Das wäre zwar irgendwie offenbar korrekt, aber Vitamin-D-Mangel ist ICD-10 klassifiziert. Das ist so ein internationaler Code für Krankheiten. Und wie wir gelernt haben, darfst du nicht den Eindruck erzeugen, dass ein Supplement bei einer Krankheit hilft. Und ich verstehe, dass manche Leute an der Stelle, das ist doch auch logisch. Wenn du anfängst, mit Heilsprechen hausieren zu gehen, heißt, wer meint, Wasser heilt dich gegen Krankheit XYZ, die du gerade haben könntest oder die du hast, weil ich sie dir eingeredet habe, weil Social Media und du kennst mich und magst mich, weil ich dein Influencer bin. Also es ist halt diese typische Snakes-Oil-Salesman-Debatte. Das ist halt gefährlich, man. Deswegen, ja, es ist richtig und wichtig, dass man da super streng ist. Das ist schon, also, unser Gesundheitssystem ist sowieso schon viel zu privatisiert genug. Wenn man da noch die Toren und Türen öffnet, für Leute, die dir Heilmittel verkaufen wollen und dir dann sozusagen das Heilen auf die eigenen Schultern aufsatteln, noch weiter der neoliberalistische Traum, so, Bro, also, nee, also, nee, Globally halt, ja, aber nee. Ah! Davon vielleicht ein bisschen irritiert sind. Ich finde die Gesetze an solchen Stellen natürlich auch so ein bisschen weird, aber ich persönlich habe teilweise lieber etwas schärfere Gesetze als zu lasche Gesetze, wenn es um Verbraucherschutz geht. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Punkt. Wenn es um Verbraucherschutz geht und wir sprechen da eindeutig über Verbraucherschutz. Studienpicking. In der Kommunikation von Christian Wolf kamen regelmäßig wissenschaftliche Ergebnisse vor. Gerade so Aussagen darüber, dass man sich bewegen sollte oder nicht zu viel Zucker zu sich nehmen sollte, waren halt so Aussagen, die er wirklich sehr, sehr regelmäßig in seinen Storys geteilt hat. Und so... Das stimmt ja auch. Es ist gesund, sich zu bewegen. Das ist gesund. Es gibt eine maximal Menge an Zucker, die man ohne Risiken konsumieren kann. Aber das ist ja, also, Kompetenz. Oder nicht? Ich meine, Bewegung ist ja nicht gleich Fitness. Es reicht also, wenn du die regelmäßig spazieren gehst mit deinem Hund oder was weiß ich was so. Oder schwimmst oder was weiß ich. Ist das ja auch Bewegung und gesund und gut für den Organismus. Und um Zucker zu vermeiden, muss man ja nicht seine Produkte kaufen, sondern kann ja auch anfangen seine Ernährung umzustellen. Auf weniger Zucker, was anstrengend ist und nicht so geil, weil Zucker halt sehr addiktiv ist, aber ich verstehe schon, warum er diese Argumentation anführt, weil, ne, dann zum Weg ins Gym und dann seine Produkte ist halt dann gar nicht mal so weit mehr, wenn man die Leute davon überzeugt hat. Aber ja. sowas ist wissenschaftlich auch total clean gedeckt. Also wir wissen, dass der durchschnittliche Deutsche viel mehr Bewegung haben sollte und seinen Zuckerkonsum übelst krass reduzieren sollte. Also das ist so wissenschaftlicher Konsens, das ist die Empfehlung und ich finde es auch gut, dass man darüber aufklärt. Aber es gab in der Vergangenheit eben auch Fälle, wo Christian Wolf vorgeworfen wurde, wissenschaftliche Ergebnisse stark verkürzt oder werblich geframed darzustellen. Über ein Supplement-Produkt sagte er zum Beispiel, dass eine bestimmte wissenschaftliche Seite die wissenschaftliche Power vom Produkt bestätigt hätte. Und das war halt so nicht ganz korrekt. Also die Seite hatte bestimmte Inhaltsstoffe des Supplement-Produktes so beschrieben, dass es einen erheblichen Nutzen bringen kann, aber nur im richtigen Kontext. Dass diese Website das über einen bestimmten Wirkstoff damals gesagt hatte, ist zwar cool, aber die Kritik war natürlich trotzdem, dass die haben die wissenschaftliche Power vom Produkt bestätigt, nach mehr klingt als das. Okay, ganz kurz. Lasst uns diese Gelegenheit vielleicht nutzen, um einmal ganz kurz generell was über Studien zu sagen. Es ist super, super wichtig, dass es Studien gibt. Obviously. Aber gerade im Ernährungs- und Fitnessbereich gibt es einfach Studien, deren Ergebnisse teilweise in eine verschiedene Richtung zeigen. Und das liegt natürlich an verschiedenen Sachen. Zum Beispiel daran, dass wir Menschen keine Maschinen sind, sondern individuelle Körper haben, die teilweise verschieden funktionieren. Es liegt zum Beispiel aber auch an einem Grundproblem in der Wissenschaft, das WissenschaftlerInnen indirekt dazu ermutigt, Ergebnisse zu veröffentlichen, die einen Zusammenhang gefunden haben. Also jetzt egal, ob ein positiver Zusammenhang oder ein negativer, Hauptsache, ich habe da was gefunden. Und dazu kommt noch, dass Studienergebnisse in Medien, also auf Social Media, aber auch in Zeitungen oder im Fernsehen oder so, gerade auf Social Media, so gerne mal ein bisschen verkürzt und undifferenziert dargestellt werden. Und diese ganzen Gründe und noch mehr sorgt dann dafür, dass man so Headlines liest, wie auf das Pilzkomplex, darüber hatten wir gesprochen und im Stream, da bin ich, ja, habe ich mitbekommen gehabt. Das ist auch so ein Ding. Habe ich auch mal am Rand mitbekommen, weil ich, ich hasse, ich finde das Ganze in Studien rumgelesen und sowas, mich so erschreckt. Wie zum Beispiel, mit Schokolade nimmt man besser ab, was halt bei einer Studie auch irgendwie das Ergebnis war und von ganz vielen Zeitungen gerepostet wurde, aber einfach falsch ist. Deswegen, ganz generell, es ist gar nicht so schwer, sich einzelne Studien zu picken, die irgendwie danach klingen, als würden sie deinen Standpunkt unterstützen. Das wisst ihr, das geht bei jedem Thema, egal ob Pro oder Contra. Also, guckt immer genau hin, stellt euch die Frage, was steht denn wirklich in dieser Studie? Ist es nur eine einzelne Studie, die irgendeinen Hinweis gibt, dass unter bestimmten Bedingungen was sein könnte? Oder ist es zum Beispiel eine Meta-Analyse, die eine vielleicht viel größere, allgemeinere Aussagekraft hat? Solche Fragen helfen einfach weiter. Und ja, es ist anstrengend, aber ist halt auch wichtig. Okay, das war's mit diesem Talk. Weiter geht's. Information Bias, ja, at its best. Eine Sache, die teilweise auch im Raum stand, ist der Vorwurf der Angstmache für Marketing. Zum Beispiel hatte Christian Wolf eben letztes Jahr eine Verbindung zwischen Schichtarbeit, Krebs und Melatonin hergestellt und suggerierte dann, dass es bei Schichtarbeitern maybe das Krebsrisiko senken könnte, wenn sie Melatonin supplementieren würden. Und da... Was? 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 Moin! Landskrid Bird Rider, moin an der Stelle, hallo! Also, aber, also, das hat mich gerade ein bisschen aus dem Kontext geworfen. Das hat mich gerade eine einen Zusammenhang zwischen Schichtarbeit, Krebs und den Konsum von Melatonin. Also, ich bin mir sicher, dass Schlaflosigkeit das Krebsrisiko steigert. Wie bestimmt tausend andere Sachen auch. Schlaf, ne, Schlaflosigkeit immer schrecklich. ADM1 RAL unter Strich Hipster Cheered X100 Ihr Amateure nehmt Supplements Ich manifestiere einfach meine Vitamine, Kappa. Anfänger nehmen doch Supplements. Die wirklichen Profis manifestieren einfach die Vitamine. Sonntig ist das. Vielen Dank für die 100 Bits. Aber, also, das ist halt wild. Also, da die Brücke zu bauen, so, weil mit mehr Melatonin schliefst du besser und mehr und dadurch hast du weniger Krebs, weil Schichtarbeit. Aber was ist das, also, Schichtarbeit ist doch nicht gleich Schichtarbeit. Also, das ist halt, what the hell? Dafür führte er verschiedene Studien an, die zusammengefügt irgendwie darauf hindeuten könnten, dass es maybe so sein könnte. Aber war das auch der Sinn und Zweck der Studien? Ich meine, das müsste man doch in der eigenen Forschung versuchen zu belegen. in dem du mehrere Studien auswächst, auswertest, um genau das herauszufinden und nicht, oh, ich nehme mir hier was raus, nehme mir da was raus, da und alles zusammen, was zusammengesehen nicht als Studie, als Forschungsfeld betrachtet wurde, ergibt dann Lösung X und weil das einzeln alle Studien sind, ist die Summe davon auch automatisch wissenschaftlich. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Also, das ergibt ja gar keinen Sinn. Und vor allen Dingen, ja, das sehe ich auch gerade im Chat, noch genau, danke, Krebs ist auch nicht gleich Krebs. Weil wenn das ja so wäre, dann hätten wir doch schon lange eine Universal-Lösung für Krebs. Weil, das ist ja einbehandelt, behandeln sie sie alle so. Das ist halt, äh, der Mensch reagiert ja auch nicht gleich auf Schichtarbeit. Und Schichtarbeit ist doch auch nicht gleich Schichtarbeit. Du hast auch so viele unterschiedliche Berufszweige, wo Schichtarbeit enthalten ist. Mit so vielen anderen Fakten, ist doch unmöglich, da in irgendeiner Weise einen Kausalzusammenhang aufzubauen. Unmöglich. Allein die Menschen, die unter Schichtarbeit arbeiten, so, sind ja so unglaublich unterschiedlich. Dann, der, ne, Schichtarbeit im Allgemeinen, die ja Berufszweige, sind auch unglaublich unterschiedlich. Und dann die Wechselwirkung, die die Schichtarbeit, auf die unglaublich unterschiedlich, ohne Witz, du kannst da zu allem kommen. So, wenn du genug suchst und genug Menschen fragst, gibt es bestimmt Menschen, die haben unter Schichtarbeit Krebs geheilt. Dann drinnen den Arm wachsen lassen. Was weiß ich. Also, was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Maybe, halt auch nicht. Also, direkt belegt ist es, soweit ich es richtig verstanden habe, nicht. Und dann sagt er sowas. Irgendwie redet da niemand drüber, obwohl wir so viele tolle Menschen haben. Sei es jetzt Erste oder Er... Irgendwie, irgendwie redet da niemand drüber. Irgendwie redet da niemand drüber, ist für mich der erste Einstieg wie zu die Regierung will nicht, dass wir darüber sprechen. Also, es ist halt schon, es geht halt in die Richtung so. Bruder. ...Razdinnen, Feuerwehrmänner, Polizei, Pflege, sonst was. Die Menschen, auf denen unsere Gesellschaft wirklich beruht und irgendwie kümmert sich keiner darum, dass die das auch wirklich erfahren, damit sie die gesundheitlichen Auswirkungen davon verstehen und vielleicht auch was dagegen tun können. Naja, und die Lösung, die er in den Raum stellt, ist halt Melatonin zu supplementieren. Und ich finde, das kommt halt schon so ein bisschen emotional pressure mäßig rüber, weil stell dir vor, eure Mutter ist Krankenschwester in Schichtarbeit und ihr hört sowas, dann fühlt ihr euch ja vielleicht schon so unter Druck gesetzt, der jetzt diese Verbindung zwischen Krebs und ihrem Job und Melatonin so weiterzuleiten. Und diese Verbindung kann ja so existieren, aber ist eben nicht wissenschaftlich belegt. Und wenn man sich dann vor Augen hält, dass er auch Melatonin-Supplements beworben hat, dann ist das ein ganz schwieriger Weiden. Wann kriegen wir einen Di-Da-Oben-Einspieler von Carsten Stahl? Wenn ihr mit dem passenden Clip dazu spielt, den einzigen Einspieler, der jetzt passen würde, wäre, warum man nicht darüber redet, wegen die Grünen. Aber näher kommen wir da nicht ran. Gerade. ...finne, dass man da in der Kommunikation auf jeden Fall aufpassen sollte. Gerade dann, wenn man die Lösung eines vermeintlichen Problems selbst bewirbt. Okay, jetzt noch ein zweites Beispiel zu diesem Angstmache-Punkt. In einem Fall vor anderthalb Jahren ging es darum, dass Christian Wolf über ein Produkt für Schwangere eines anderen Unternehmens gesprochen hat. Und darauf verwies, dass laut europäischer Lebensmittelsicherheitsbehörde eines der Inhaltsstoffe in diesem Produkt als nicht sicher gelten würde. Bis dahin gab es, glaube ich, auch noch kein Problem. Aber er hatte diese Situation dann mit dem Kontangentskandal verglichen. Und er hatte gesagt, dass das Unternehmen bestimmt mit Pharma-Geld versuchen wird, das hier zu unterdrücken. Und das ist schon ein bisschen Matsch. Ich will ja auch sagen dürfen, denn dieses Unternehmen, die mir das mit dieses Pharma-Geld wird hier den Mund tot machen, wenn die. Muss man wissen. Bro, aber das ist doch schon straight-up geschwurbel. Also, das geht doch. Das andere war noch die Vorstufe von, irgendwie redet da ja niemand drüber so, ne? Das ist die Vorstufe von, die Regierung will nicht, dass man das weiß, aber ich hab die Lösung hier, das ist schon das straight-up geschwurbel. Das war noch die Vorstufe und das jetzt, das ist doch auch schon straight-up geschwurbel. Und am Ende davon hat er halt ein Moor-Produkt für Schwangere beworben, das laut seiner Aussage viel besser sein soll. Und da war deswegen die Kritik eben auch, dass er Marketing über Angstmache betreiben würde. Und finde ich eine absolut nachvollziehbare Kritik. What the hell? Es gibt in den letzten Jahren natürlich auch Fälle, wo nicht Christian Wolf kritisiert wurde. Habe ich so alles nicht mitbekommen, ne? Das kannst du ja keinem erzählen. Das kannst du ja keinem erzählen. Was? Da kracht's ja gewaltig. Wenn man sich jetzt die paar Sachen schon rein tut, die Christian Wolf betreffen, ihn persönlich, seine Aussagen, seine, ne? Social-Media-Präsenz, so. Da kracht's doch schon gewaltig. Also das reicht doch schon eigentlich. Und dann im Zuge dieses ganzen Kosmoses dann noch, die Drohungen und der Umgang mit Kritik von Luca, der ja direkt abgemahnt wurde, weil er sich kritisch zu einem Video geäußert hat. Es ist einfach bodenlos, dieses Thema. Sondern More Nutrition in ihrer Kommunikation oder andere Influencer. Aber, soweit ich das richtig sehe, weitaus seltener und auch nicht mit so starker Kritik. Also beim meisten geht es um Christian Wolf. Also bei More Nutrition gab's zum Beispiel einen Fall, wo sie ein Produkt namens Pregnancy Support rausgebracht haben und gesagt haben, dass es eine optimale Nährstoffversorgung für Schwangere sei. Und die Kritik war dann, dass es keine optimale Nährstoffversorgung sein würde, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Schwangeren, die nicht regelmäßig fettfreien Meeresfisch verzehren, empfiehlt, noch etwas anderes zu supplementieren. Nämlich so Omega-3, was in Pregnancy Support eben nicht drin ist. Die Antwort von More darauf war, dass sie sich nicht erklären können, wie der Eindruck entstanden ist, dass in dem Pregnancy Support dieses Omega-3 drin ist, weil explizit bei der Bewerbung von Pregnancy Support sogar empfohlen werden würde, dass man es in Kombination mit Omega-3 Supplement nehmen soll, um das eben noch zu ergänzen. Sie haben danach diesen Hinweis aber auch in die Verzehrempfehlung gepackt. Ich habe in den seriösen Quellen aber noch aber dann ist es doch nicht optimal, wenn du es noch mit anderen kombinieren musst. Dann ist es vielleicht eine tolle Ergänzung, aber ja nicht optimal. Das Schlimmste ist, egal welche NEM-Hersteller wir Network-Marketing-Produkte treiben, dann passt genau das genauso. Ja, Network, das Schlimmste, das Problem ist da, das Network-Marketing. Das ist das Problem dahinter. Ich meine, jegliche Kritik, die jetzt von kleinen, betroffenen Experten zu der Thematik geäußert werden, oder nicht betroffene, reicht aber so ein Experte bist so, die wird aufgrund der Tatsache, dass es so viele Influencer gibt und so viele Anteilseigner in diesem ganzen Konstrukt gibt, wird einfach totgehatet. Du bist einfach totgehatet, weil du was gegen die Marke sagst. Und selbst wenn du absolute Ahnung in dem Bereich hast, selbst wenn du in dem Bereich arbeitest, dann wird dir der Kanal auf TikTok zum Beispiel, wird der Kanal weggebannt. Track Strike, weil du 30, 40.000 Fanboys, Fangirls dich melden, weil Mobbing oder so, weil du ja deine Expertise zu dem Thema sagst. Du hast ein ganzes auf Personenkult runtergebrochenes Netzwerk, das gegen dich ist, unabhängig davon, ob du wissenschaftlich fundiert argumentierst, oder nicht. Und dann, also, es ist halt komplett Schmutz. Kommierbar aus einer Packung. Ja, das Ding ist halt, und das ist halt das Ätzende, wenn solche Sachen als optimal perfekter dargestellt werden, so dass man es nicht supplementieren müsste, so denn es ist nach meinem Verständnis, wäre es dann nicht optimal. Ob das Optimum für den Konsum wäre, wenn es halt ausreichen würde, so wie ich es hätte, an der Stelle. Aber es ist Wortklaube bereit, da bin ich wahrscheinlich einfach wieder so ein bisschen zu doll hyperfixiert auf einzelne Wörter, so, aber das klingt halt für mich wie misleading Marketing, so, wenn ich sage, dieses Wasser ist optimal für deinen Durst, so, und im Nachhinein kommt noch raus, so, ja, eigentlich müsstest du noch Power Rater zupacken, weil die Elektrolyte nicht im Wasser enthalten sind, oder so ein Blödsinn, was jetzt in dem Fall keinen Sinn ergibt, so, versteht ihr, was ich meine, dann passt ja optimal nicht. Habe ich mich zu lange auf dem Wort aufgehalten, aber egal. Noch andere Beispiele gefunden, wo eben andere Influencer, die auch Werbung für Mör machen, direkt kritisiert wurden. In zwei Fällen haben Influencerinnen in ihrer Story gezeigt, wie sie Supplements nehmen und haben dann scherzhaft dazu sowas gesagt wie, ich nehme jetzt meine Supplements, weh, ihr nehmt die jetzt auch nicht alle, oder ich nehme jetzt meine Supplements, macht mir auch kein Spaß, aber muss sein. Und ich kann irgendwie verstehen, dass man dazu sagt, hey, da muss man aufpassen mit der Kommunikation, also sagt sie, macht mir auch kein Spaß, aber muss sein, im Sinne von, muss für mich sein, weil ich dieses Ziel gesetzt habe, oder meint sie damit irgendwie implizit, es muss für jeden Zuschauer sein, dass man Supplements nimmt. Also, ich verstehe den Punkt da, über Verantwortung in Kommunikation zu sprechen, aber zugegeben, finde ich es jetzt auch nicht so krass, wie manch andere Sachen, die wir bisher im Video hatten. Stärker fand ich noch einen Fall, gerade wenn du ein Sportler bist, wenn du Leistungssportler bist, dann hast du automatisch in irgendeinem Bereich Defizite. Hast du automatisch. Und deswegen musst du die supplementieren, vor allem, wenn das ein Beruf ist. Ob das für andere auch gilt, weiß ich nicht. In der Kommunikation, ich kann ja als Creator, als Sportler nicht automatisch von mir auf andere schließen, in meiner Marketingkommunikation. Ich hätte das vielleicht nicht so gesagt oder hätte es jetzt nicht so unterschrieben, aber ich würde da erst ihr noch keinen Strick draus drehen, wenn sie sagt, das muss für sie sein. Das muss sein. Ich weiß halt an dem Fall, dass sie halt Influencerin ist und Sport, in dem Fall Bodybuilding, ihr Beruf ist. Und deswegen muss sie das machen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass die Leute, die das nicht für sich so ernst nehmen, weil sie es nicht als Beruf machen, da sich so ein bisschen gepressured fühlen, weil sie sonst nicht gesund werden könnten, nicht gesund oder halt ausgewogen genug sich ernähren, wenn sie sich tat, also ich muss halt immer wieder reinwerfen, ich orientiere mich halt nicht an anderen Menschen, wenn es um Konsum geht, wenn es um Sport geht. Das ist mir echt völlig egal, wie andere Influencer Dinge handhaben. Ich arbeite wie mein Körper das braucht, nach meinen psychischen als auch körperlichen Bedürfnissen und versuche da halt, ohne mich komplett kaputt zu machen, halt genug Protein, Kohlenhydrate und halt Mineralien reinzukriegen. Ich supplementiere auch nicht, weil mir das zu anstrengend ist. Ich nehme es halt nicht so ernst. Aber ich weiß halt auch, dass ich es nicht so ernst nehme und weiß halt auch, wo meine Grenzen da sind. Aber nur weil ich das weiß, hat das andere auch zu tun. Gerade jüngere Menschen können dazu tendieren, zu glauben, das ist auch das, was ich im Gym mitkriege, dass es nur so geht, wie es die Influencer einem vorleben. Und das ist halt Bullshit. Aber um das zu dekonstrukten, dieses Image, nur wie wir kannst du fit werden, nur wie wir kannst du erfolgreich in deinem Sport werden, ist natürlich die Rhetorik, die hier an den Tag gelegt wurde, nicht unbedingt hilfreich. Das verstehe ich schon. Aber das wäre jetzt keine Kritik, die ich äußern würde, weil sie das gesagt hat, wie sie es gesagt hat. Ich verstehe schon, dass das nicht optimal ist. Aber dass man das als gerade bei einem 13, 14, 15-Jährigen oder Jährige, die gerade anfängt, kann das natürlich einen erheblichen Eindruck hinterlassen. Unbedingt unproblematisch. ...ich gefunden habe, wo eine Influencerin ihre Supplements nimmt und halt zeigt, was sie wie viel nimmt. Und von einem Produkt zeigt sie doppelt so viel, wie man eigentlich am Tag nehmen sollte. Und ich bin kein Arzt, ne? Also ich kann gar nicht... Das ist dann schon wieder schwierig. Vor allem, wenn da nicht aufgezeigt wird, warum und wie viel und das ist schon schwierig. Also Verzehr... So... Verzehrempfehlungen und sowas... ...machst du ja immer auf eigene Gefahr und in Bezug zu deinem eigenen Körper so das irgendwie zu verbreitern. Für andere ist halt... ...ich ganz so smart, ne? Ist halt nicht ganz so smart. Ich meine, ich sag ja auch nicht, hey, ich trainiere heute Kreuzheben und hebe jetzt meine 230 Kilo oder so und du, 13-Jähriger, der gerade angefangen hat mit Kreuzheben, du musst das jetzt auch machen mit genauso viel Gewicht. Das ergibt ja keinen Sinn. Ich bin ja an einem ganz anderen Fitnesspunkt, ganz anderen Abschnitt meiner Fitnessreise als er oder sie und dementsprechend muss er oder sie das ja auch dann selber für sich erstmal herausfinden, was gerade ins Zustand ist und dann selber auf seinem eigenen oder ihren eigenen Weg da hinzukommen. Und das endet ja nicht nur bei dem aktuell Gerätetraining, sondern ist ja auch bei der Ernährung so. Weil ich jeden Tag Haferflocken esse und das für mich funktioniert, heißt das ja nicht, dass jemand anderes genauso tun kann oder sollte. Ich meine, es geht ja Menschen, die vertragen sowas nicht. Also das ist ja, weiß ich nicht, das ist ja kein Sinn. Irgendwie will Twitch heute nicht so wirklich. Das ist nicht gut, aggressiver Rabe. Aber moin, einen wunderschönen guten Abend. Ich kann nicht einschätzen, wie sich das auswirkt, wenn man jetzt von dieser Sache doppelt so viel nimmt oder so. Aber in jedem Fall sollte man natürlich nicht auf Instagram in der Story diese doppelte Tagesmenge indirekt so empfehlen. Obviously. Oder hier noch ein anderer Fall von nicht so nicer Kommunikation, wo eine Influencerin in ihrer Story schon irgendwie so implizit rübergebracht hat, dass irgendwelche Produkte von Moor super wichtig zum Abnehmen wären. Und das ist natürlich... Das ist das, was mich aufwirkt. Da beginnt meine Kritik. Das fuckt mich ab. Nein, du brauchst keine Nahrungsergänzungsmittel, um abzunehmen. Genug... Genug Bewegung. Und auch das ist noch suboptimal. Auch das ist eigentlich im Kontext irrelevant. Denn das, was man an Energie verbrennt, ist so wenig im Schnitt wie... Das ist halt wirklich... Das ist ein kleiner Mythos, den man immer wieder zu deconstructen hat. Du kannst so viel laufen, wie du willst auf dem Laufrad. Da kann dir deine Uhr so viele Kalorien verbrennen, wie sie will, anzeigen. Du wirst über nur Sport kein relevantes Gewicht abnehmen. Darüber wirst du dein Gewicht nicht moderieren können. Das Gewicht kannst du kontrollieren, indem du kontrollierst, wie viel du an Kohlenhydrate, Fett und all der Dinge zu dir nimmst. Halt, dein Nettobedarf wächst. Und da muss man natürlich gucken, dass du die nötigen Makros und Mikros Nährstoffe reinkriegst, weil du willst ja auch immer noch leben und nicht hungern, weil das ist auch keine Alternative. Und das ist dann der effektivste und einzig funktionierende Weg. Über den Input das zu regulieren und nicht mit ich mache einfach ganz viel Sport und es einfach nicht ordentlich und pack mir da ins... Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist halt... Nee, das macht mich mad. Das kann nicht sein. Und natürlich muss man da auch und natürlich muss man da auch gucken, was für eine Art von Körper du hast. Wenn du zum Beispiel einen extrem kranken oder kaputten Stoffwechsel hast, dann hast du natürlich auch einen anderen Bedarf. Und dann obviously. Und vor allem, welche Ziele du hast. Wenn du jetzt 20 Kilo in drei Jahren oder 30 Jahren abnehmen willst oder so. Deswegen also... Aber das ist halt... Durch nur Sport nimmt man nicht ab. Durch die Ernährung. Und die Ernährung ist nicht auch ein Supplements und dann läuft das schon so. Supplements in Bezug zu Vitaminen oder sowas, die du vielleicht aus der Nahrung nicht rauskriegst. Wenn du zum Beispiel vegan bist. Und du nicht mega... Also du nicht keine Ahnung 30 Bücher über vegane Ernährung gelesen hast und alle Ergänzungen von allen möglichen Dingen kennst. Dann kann man einzelne Dinge Omega 3 oder was weiß ich was supplementieren zum Beispiel. Wir machen ja super viele Kraftsportler, die auch vegan sind. Aber das ist halt nicht der Grund, warum sie supplementieren. Also Abnehmen ist da nicht der Grund, warum sie supplementieren, sondern sie holen sich, weil es leichter ist, die Nährstoffe über die Supplements rein. Das ist aber nicht... Das ist aber nicht... Also es korreliert mit dem Abnehmen und mit der Fitness Journey, ist aber nicht die Kausalität dahinter. Und das... Dass man da einen Kausalzusammenhang aufbaut, finde ich richtig ätzend. Das triggert mich halt immer wieder. Das kann es halt nicht sein. Zum Beispiel Proteinpulver. Ich könnte zum Beispiel zwei Shakes am Tag trinken, hätte ich ungefähr die Proteinmenge drin, die ich bräuchte. Wenn ich noch einen Pudding oder sowas esse. Oder ich könnte zehn Kilo Hähnchen essen. Aber das will ja niemand. Dann hätte ich auch ungefähr die Proteinmenge drin. Das will aber niemand. Vor allem ist das krank eklig, so viel Fleisch zu essen. Oder irgendwelche anderen Vitamine und sowas. Du brauchst ja alles gefühlt, wenn du das professionell machen willst. Und da kannst du halt dann über Supplements dann diese einen festen Betrag an Milchmedikamente, an Nährstoffe reinkriegen in deinen Körper, ohne dass du jahrelang in der Küche stehst. Ergänzend halt an eine bereits ausgewogene Ernährung. Das muss halt dein Anspruch sein. Und wenn Abnehmen ein Teil des Ziels ist, dann muss die Ernährung trotzdem noch ausgewogen sein. Und auch da kann man dann immer noch ergänzen. Aber es kann halt nicht Kern der Ernährung sein. Und das wird ja implementiert, wenn gesagt wird, nur durch Supplements kannst du abnehmen. Dann sind Supplements Kern der Ernährung, was nicht der Fall ist. Und niemals sein sollte. Ich quatsch. Also man braucht gar kein Produkt dieser Welt, um irgendwas Bestimmtes zu erreichen. Egal welche Werbung ihr auf Social Media, aber auch in Fernsehen oder in Zeitschriften oder so für irgendwas seht, ihr braucht das nicht. Maybe hilft es euch, maybe not. Also die Kaufentscheidung selbst müsst ihr für euch treffen. Abschließend zu diesem ganzen Oberthema der Kommunikation. Es gibt hunderte InfluencerInnen, die für Moor Werbung machen und laut eigener Aussage gibt Moor denen auch nicht Geht das als ausgewogene Ernährung hauptsächlich Eiweiß zu essen. Nein, geht es nicht. Du brauchst deine Makromährstoffe. Du brauchst genügend Kalorien, um deinen Energie, um deinen Energiehaushalt zu decken. Sonst, da kommst du ja morgens aus dem Bett und kannst spiel auch nicht ordentlich denken und irgendwas tun. Du brauchst genügend Kalorien, das ist abhängig an deinem Körper, an deinem Bedarf, an Alltag. Du brauchst alle nötigen Vitamine und Mineralien und das immer, egal ob man Sport hat oder nicht. Du brauchst genügend Eiweiß, damit du Muskeln aufbaust oder halt zumindest die Muskeln, die man hat, konserviert, weil du willst ja nicht, wenn du in der Verbrennungsphase bist und nicht genug Proteine und Kohlenhydrate reinkriegst, dann Muskelmasse abbauen, weil der Körper braucht ja irgendwoher Energie. Das brauchst du. Du brauchst Mineralien, habe ich angesprochen, Vitamine, auch zu jedem Zeitpunkt, und wenn das alles gedeckt ist, Vitamine, Eiweiß, also Proteine, Makro, hier, Kohlenhydrate und auch ein bisschen Fette und ganz, ganz, ganz wenig Salze, dann kann man von ausgewogener Ernährung sprechen, aber das ist halt natürlich super individuell. Jemand, der zwei Meter was, was ich, was groß ist und 110 Kilo wiegt, hat natürlich einen anderen Bedarf an Lebensmittel als jetzt jemand wie ich, der 1,75 ist und 82 Kilo wiegt. Das ist ja super individuell, deswegen da gibt es keine Formel nur für einzelne Sachen zum Beispiel. Man sagt so ganz grob zweieinhalb mal, also zweimal, also 2,5 mal sein Körpergewicht an Protein, also in meinem Fall um und bei 200 Gramm Protein am Tag, so. Aber das auch nur, wenn man halt aktiv Sport betreibt und Muskelmasse aufbauen will, so. Also da gibt es für den einzelnen Konsum gibt es und bei Faustregeln, aber auch diese Faustregeln sind immer gemessen an die Ziele, die man verfolgt. Deswegen, da gibt es keine Ferge allgemeinerndes, ja, das ist gesund, das ist ungesund, so. Und jetzt jemand, jemand, einen Marathonläufer hat eine ganz andere Ernährung als jemand, der halt keinen Marathon macht. Ein Schlimmer hat eine andere Ernährung als jemand, der, keine Ahnung, Skispringen macht und so weiter. Und Eisenrote Bete, wichtig und richtig an der Stelle. Oder, ähm, was war das noch? Die naht doch auch, oder nicht? Hat doch auch relativ viel Eisen, oder nicht? Keine Ahnung. Eisen aber auch wichtig. Boah, was die sagen sollen. Diese Aussage deckt sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung. Also ich habe noch nie von Moor vorgegeben bekommen, was Bestimmtes zu sagen oder nicht zu sagen. Und das ist in dem Ausmaß auf jeden Fall eher untypisch. Also meistens gibt es bei so einer Partnerschaft irgendwie ein Briefing mit Do's und Don'ts, also was man machen soll, was man nicht machen soll oder so. Also das ist so ein Standardding im Influencer-Marketing, was nicht jeder Kooperation da ist, aber bei schon den meisten. Und so ein Briefing habe ich zum Beispiel von Moor auch noch nie bekommen. Ich hatte auch mal Reef gefragt, weil von den Leuten, die für Moor Werbung machen, bin ich mit ihr auf jeden Fall so am closesten. Und sie sagt das hier. Moin Rezo. Also Vorgaben eigentlich immer sehr, sehr entspannt. Gibt es eigentlich kaum. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der die Mitarbeiter immer Moor reinschreiben, wenn es Aktionen gibt. Die kann ich bewerben, wenn ich das bewerben möchte. Ist natürlich meistens naheliegend, weil es ja auch für die Zuschauer nice ist, wenn es irgendwo Prozente gibt. Ja, also ganz entspannt. Eigentlich nur Positives. So viel also zu unserer persönlichen Erfahrung und don't get me wrong. Ich finde das sehr cool so. Und darüber hinaus erwarte ich natürlich von Moor dasselbe, was ich auch von jeder anderen Brand auch erwarte. Nämlich, dass wenn es vorkommt, dass ein Influencer wiederholt Sachen sagt, die man so nicht sagen darf, dass man dann kritisch damit umgeht und gegebenenfalls dann irgendwann auch seine notwendigen Schlüsse daraus zieht. Und das erwarte ich natürlich von jedem Unternehmen. So, das war es zum Kommunikation bei Werbung Thema. Machen wir weiter mit... Es geht einfach weiter, Mann. Es geht einfach weiter. Wir waren bei Drohungen, bei weirdes und schwierigen Statements. Es hört einfach nicht auf. ...mit verschiedenen anderen Kritikpunkten. Ich versuche jetzt noch ein paar, zu denen ich nicht so viel erklären muss, in das Video unterzubringen, ohne dass es unübersichtlich oder zu viel ist. Es gab die Moor Days. Das war eine zweitägige Veranstaltung. Das war unangenehm. Die Moor Days, das war eine riesen Shitshow. Da war viel Kritik im Raum. Da ging einiges schief. Ich glaube, der erste Tag war katastrophal. Der zweite Tag, glaube ich, da haben sie sich irgendwie noch hingekriegt. Aber da lief viel schief. Da wurde auch ordentlich kritisiert, das ganze Event. Ich weiß nicht, ob das Event per se eine Shitshow war, war aber auf jeden Fall war das die Kritik um das Event. Das war ein Happening. ...wo manche Sachen am ersten Tag so schlecht organisiert waren, dass Leute teilweise für so Basics wie Wasser super, super lange anstehen mussten. Da gab es viel, viel Kritik, auch mit eigener Instagram-Seite und so. Und am Ende hat sich Moor dann entschieden, den Leuten ihr Geld zurück zu erstatten. In einem anderen Fall ging es um eine Transformation... Oh! Oder schon das, schon das ist schon geil. ...transformationschallenge, wo man was gewinnen konnte. Und es kam halt schon so rüber, dass so die größte Transformation gewinnen würde. Da war dann die Kritik, dass Leute dadurch animiert werden könnten, auch auf eine ungesunde Art irgendwie abzunehmen oder Muskeln aufzubauen oder so. Transformationschallenge finde ich schwierig. Aber ich finde auch diesen Hype um Body-Transformationen so... ...find ich schwierig. Finde ich schwierig. Also... Ich meine, ich habe selbst meine eigene Transformation dadurch gemacht. Sondern ich habe knapp 25 Kilo zugenommen. Ich habe damals 53, 54 Kilo. In meiner besten Zeit glaube ich 62 Kilo gewogen und wiege jetzt 20 Kilo mehr. Und das ist natürlich... Ich habe zwar nie Bild, doch ein Bild habe ich, aber das kann man nicht veröffentlichen, weil es schwierig ist. Und natürlich hat man einen Reiz dazu, den Erfolg, den man bei sich wahrnimmt, auch zu kommunizieren. Das verstehe ich alles. Das ist auch... Das hat was mit Stolz und was mit Selbstbestätigung zu tun. Das ist wichtig und richtig so. Aber es soll halt kein Web-Wert sein. Weißt du, das macht man ja letztendlich macht man das ja für sich. Weil du dich in deinem Körper unwohl fühlst und denkst, Sport kann ich da so ein bisschen dir helfen so. Dann nimmst du halt ein bisschen zu, dann nimmst du ein bisschen ab so. Dann machst du das aber für dich, damit du dich in deinem Körper wohler fühlst. Das kann halt kein Wertbewerb sein, weil dann kommen wir halt in Fahrwasser, wo sich andere Leute gegenseitig unter Druck setzen, vor allen Dingen Jüngere. Wenn du dann siehst, dass, keine Ahnung, Wadim Brook, der 18-jährige oder 16-jährige Bodybuilder mit 220 Kilo Sonnen im Oberarm und was weiß ich was dann plötzlich lean ist und so also dann mit unter 20 Gramm, 20 Kilo, 20 Prozent Körperfett oder so dann da steht und du denkst dir selber so, ja da muss ich hin, um cool zu sein oder Frauen, die halt magersüchtig werden nur um halt dünnen Bauch und großen Po und Oberschenkel und weiß ich nicht. Also für sich selber sehe ich da kein Problem drin, wenn man das halt, wenn man seine eigene Fitnessreise, seine eigene Transformation sozusagen dokumentiert, so das als Challenge aufzubauen, um sich da zu vergleichen, da beginnt das Problem und das Ding ist leider, es passiert ja automatisch. Die Vergleiche passieren ja automatisch. Weiß ich nicht, deswegen habe ich da ein kleines Problemchen mit. Dieses früher, nachher, aber ich finde auch dieses wobei dieselbe Argumentation könnte ich ja halt mit Glow-Ups haben und fühlen so. Dass man aufzeigt, wenn man früher aussah und dann mit Make-up und mit Selbstbewusstsein sowas, so sieht man jetzt aus so und das kommuniziert ja auch ein Stück weit Druck so, aber man sollte sich bewerben, sondern und damit fördern. Ich bin's halt, ich bin zwiegespalten da. Ich sehe auf jeden Fall die Problematik dahinter. Ich würde es aber halt auch nicht pauschal verteufeln wollen. So jemand, der stolz auf das ist, was er geschafft hat, so, damit es um seine Ziele ging, also seinen Körper zu transformieren ins mit mehr Gewicht, weniger Gewicht, was weiß ich was so, so dem würde ich nicht sagen, das darfst du nicht, weil das könnte andere zu, das finde ich nicht richtig, da bin ich zu liberal, aber ich finde es auch nicht richtig, den Erfolg einer Person zu benutzen, um eine andere Person unter Druck zu setzen. Vor allen Dingen, wenn halt, ne, ich differenziere es zwischen Firmen, die das tun und normales auf, ja, vor allen Dingen, wenn eine Firma, und da wollte ich nämlich mit der Kritik gehen, vor allen Dingen, wenn eine Firma genau das tut, also wenn du als Normalo, ne, 14 Jahre, 16 Jahre, 38, egal, so denkst, so, ey, ich habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder ein halbes Jahr Ziele erreicht und darauf bin ich stolz und die will ich verbreitern im Internet, so, kannst du ja machen, so. Wenn er bei der Firma um die Ecke kommt und sagt, so, hey, Teil unseres Hauptprogramms ist, wir zeigen auf, wie viel krasser der eine oder der andere ist oder die und die und die und die ist und dann spielt das und davon, daran, darauf, das kapitalisiert die Firma ja auch dann, Gleichweite, Klicks, Geld und solche Sachen mit den Insecurities von partizipierenden oder potenziell partizipierenden und bei dem einen ist es halt von Person, beim anderen ist es also von Person zu Person, beim anderen ist es halt wirtschaftliche Entität zu Person. Das ist halt irgendwie schwierig. Super nachvollziehbare Kritik, weil das für manche natürlich so irgendwie rüberkommt. Daraufhin wurde dann die Art für die Auswahl der Gewinner anders kommuniziert und eben betont, dass es nicht darum geht, irgendwie das meiste Gewicht zu verlieren oder die meisten Muskeln oder so aufzubauen, sondern eine gesunde Entwicklung, also zum Beispiel von einem ungesunden Untergewicht zu einem Normalgewicht und nicht andersrum. Und für die Kritiker war das dann wiederum ein Zurückrudern, weil die ursprüngliche Kommunikation halt das Problem war. Dann gab es noch einen weiteren Vorwurf von Luca. Ihr erinnert euch, der 17-Jährige, der unter anderem auch bedroht wurde. Und der hatte Christen. Das Ding ist halt, im Bereich Fitness ist kein Fokus auf gesund. Sondern der Fokus ist dort Aussehen. Das ist pure Ästhetik. Also Leute, Bodybuilder oder derlei Dinge, die einem verkaufen wollen, dass man, verkaufen wollen im übertragenen Sinne, dass man gesünder lebt, weil man Fitness betreibt und das, was ich alles mache, das ist halt Bullshit. Also das ist halt Bullshit. Vor allem, wenn du jemand bist, der das ernst macht, also beruflich Bodybuilder ist oder so, die sind nicht gesund. Das wird auch jeder, der in der Szene unterwegs ist, wird einem das bezeugen können. Die sind nicht gesund. Das ist auch gar nicht der Anspruch. Das ist das männliche Äquivalent zu modeln. Bodybuilding. Mit Muskeln. Das gibt es natürlich auch für Frauen, klar. Aber vom Ding her so. Man kennt das ja eher, dieses komplett aufs Aussehen, auf die aussehensbezogene Performance, einen Endeavor zu reduzieren. Das kennt man eher aus dem Model-Bereich so. Aber Bodybuilding ist genau das. Es geht nur um die Ästhetik und die ist vorgegeben. Wie viel Gewicht du haben musst, wie du, welche Posen und sowas so. Wenn du das als Beruf machst, mit unter 10% Körperfettanteil, an einem einzigen Wettkampftag oder Wettkampfszeitraum sein zu können, das hat gar nichts mit gesund zu tun. Und jeder, der das mal durchgemacht hat, wird einem genau das bestätigen können. Ich habe Fitness-Influencer gesehen, die haben einen Körperfettanteil von 4%. Die sagen dir selber, Digga, das sieht nicht cool aus. Ich fühle mich schrecklich. Ich bin depressiv, ausgelockt, antriebslos, impotent in der Zeit. Die machen das nur ein einziges Mal, damit sie auf der Bühne performen können, um dann, um dann wieder halt in den Bolk zu gehen, wieder zu essen und was weiß ich was wieder so. Das ist halt einfach nur einmal Performung. Das ist eine Performance halt. Wie Modeling halt. Das hat mit Gesundheit überhaupt nichts zu tun. Deswegen, man muss da, und das ist halt so schwierig in der Kommunikation, man muss das ganz klar trennen. Jemand, der, weil er gesünder sein möchte, Sport betreibt, wichtig und richtig, ist aber nicht das gleiche wie jemand, der Fitness oder Bodybuilding in dem Sinne betreibt, weil er ästhetisch aussehen möchte. Das eine ist was anderes als das andere. Jemand, der regelmäßig Cardio macht, aufs Laufrad geht, ein paar Supplements reinschmeißt, so Omega-3 und Vitamin D oder was weiß ich, was vom Arzt verschrieben natürlich, so, der ist ja kein Bodybuilder. Der ist ja kein, ne, der macht ja zwar körperliche Ertüchtigung, geht ins Gym, bewegt sich so, aber es ist ja noch nicht dieser Fitness-Content, mit dem man über die Jahre jetzt hinweg assoziieren gelernt hat. Weil das hat mit Gesundheit im engeren Sinne wenig zu tun. Bei Powerlifting zum Beispiel, ich bin ja Powerlifter so, ne, da tun wir ja gar nicht mehr so. Da geht es ja auch nicht um die Ästhetik. Uns geht es nur um Kraft. Um Kraft während des Wettkampfs. so, und wenn ich da mal kurz, weil die Reaction wird sowieso irre lang und das ist halt mein Steckenpferd so, kurz mal auf ein Nähkästchen verlauern kann. Ich hatte am Anfang August meinen ersten Wettkampf, so, und ich habe für die Wettkampfvorbereitung, weil ich in meiner Gewichtsklasse bleiben musste, wir sprechen nämlich hier gerade um Gesundheit und Ernährung so, ich musste in meiner Gewichtsklasse bleiben oder überhaupt erstmal reinkommen, weil ich war zu schwer. Ich habe nämlich 84 Kilo gewogen. Ich musste 83 0 wiegen, habe 84 gewogen und musste mich in einer Woche runterhungern, war noch machbar. Kurz vor dem Wettkampf habe ich einen Tag vorher habe ich 83 3 gewogen. Und was habe ich gemacht? Die ganzen Abend nichts getrunken und den ganzen Vortag nichts gegessen. Gehungert hat. Damit ich auf dem Wettkampf gewogen werden kann mit 83 0 um dann den Wettkampf beginnen zu können. Auf dem Wettkampf hatte ich noch 83 1 und musste nochmal einmal um Block laufen und auf Klo gehen. Als nochmal die letzten 100 Gramm los werden. Ich habe, es gibt Menschen im Bodybuilding, wenn die es halt wirklich richtig ernst nehmen, so, die Count Center Shocks und lutschen die, um halt möglichst viel Speichel zu produzieren, weil der Körper ungefähr 700 Millimeter Speichel fassen kann. Und das sind ja um und bei 700 Gramm. Auch nochmal um Gewicht zu verlieren. So mit Gesundheit hat das überhaupt nichts zu tun. Und ja, nachdem man gewogen ist und dann in seiner Gewichtsklasse reingekommen ist, kannst du dann noch essen und trinken und das machen und das machen dann auch alle, weil du sonst keine Kraft hast, so, aber nur um einmal aufzuzeigen, dass wenn du wirklich zu einem Wettkampf gehst, so, hat das überhaupt gar nichts damit zu tun, dass du gesund oder halt was weiß ich was sein möchtest oder bist mit deiner Ernährung, mit deinem Lebensstil. Das ist ein reiner sportbezogener, zielbezogener Lebensstil. Das hat mit nichts mit Gesundheit zu tun. Mich wundert schon immer Grundschulalter in der Essstörung eingeprogrammiert ist und Leistungssport nach Ernährungsplan Ernährungsplan anfing Essen nach dem Leistungssport in der Schule. Da gab es einen Ernährungsplan und das ist wild. Weil Essstörungen und der aller Dinge sind in der Fitnessbranche unter Bodybuildern und Bodydysmorphia das ist völlig normal. Das ist völlig normal. Ich habe schon lange keinen Bezug mehr zum normalen Essen und zu meinem Körper auch ein Stück weit verloren. Ich weiß schon, ich fühle mich immer dünn und klein. Deswegen, gesund mit gesund hat das nicht viel zu tun. Das ist ein Hobby. Ich würde auch nicht behaupten, dass Fußball gesund ist, so verkürzt, wie die Sehnen verkürzen oder andere Sportarten und so. Aber dieser Fokus von ja, wir müssen das machen, weil wir es gesund, weil es gesund ist, weil es ja Sport ist, Bewegung und so. Das muss man halt klar differenzieren zwischen den Menschen, die halt sich bewegen und Sport treiben, weil sie gesund leben wollen und so ein bisschen dementsprechend sich auch ernähren und halt die Menschen, die halt Leistungssport bezogen auf Leistung betreiben. Das wird halt zur Zeit irgendwie in Social Media so stark verwässert, meiner Meinung nach. Deswegen, ich finde das gefährlich. Leistungsschwimmer zu essen. Leistungsschwimmer sein soll, dass er auch darüber einen Ausbildungsvertrag bekommt. Aber dann, so sagt er, Bruder, das ist halt maximal lost, ne? Also, no offense, Luca, Bruder, nur Liebe für dich und alles so, aber das ist halt heftig lost. Wir rekapitulieren. Luca sucht sich keine Ausbildung, weil die Person, die ihn abgemahnt hat oder haben wollte, deswegen er einen Riesenstress hatte, ihm einen Ausbildungsplatz angeboten hat. Und das hat dann nachträglich dann doch nicht geklappt und deswegen hat er dann keine Ausbildung. Also, bei, bei welchem guten Göttern ist denn die Idee, in ihm gewachsen, dort eine Ausbildung machen zu wollen? Bruder, also, was zur Hölle? Äh, what? Ich beginne noch nicht meine Ausbildung bei dem Chef, der schon, der mich wegen meiner Kritik gegenüber der Brand verklagen wollte beziehungsweise abmahnen wollte. Also, die hatten doch, selbst wenn die im Nachhinein irgendwie gut miteinander waren, so, ist das doch nicht das Klima, in das ich rein wollen würde, so. Irgendwie lost, meiner Meinung nach. Da war er ein bisschen naiv. Gut, er ist halt auch 16 gewesen, ne? Muss man halt auch wieder anerkennen, dass er halt erst noch jung war da. Luca wäre irgendwann nichts mehr von Christian gekommen. Der Vollständigkeit halber, Luca ist mittlerweile bei einem Konkurrenzunternehmen unter Vertrag. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass er solche Sachen einfach sagt, um, weiß ich nicht, Moor zu bashen oder so, weil er auch explizit eben sagt, dass er überhaupt nichts gegen die Moorprodukte hat. Es geht ihm in diesem Punkt eben um Christian. Dann gab es außerdem noch Fälle, wo Christian Wolf dafür kritisiert wurde, wie er mit anderen Leuten auf Social Media umgegangen wäre. Also, er hatte regelmäßig so eine Art Schlagabtausch mit anderen großen Kanälen, wo man sich dann halt in Reels oder Stories widerspricht und frontet. Das ist auch scheinbar in der Fitnessbubble viel üblicher, als in der Fitnessbubble. sich gegenseitig zu kritisieren. Von einem Affiliated Influencer gegenüber jemand anderem oder halt es ist halt es ist halt ganz merkwürdig, ey. Kommt daher das Wort Fitna Nein, Fitna ist ein arabisches Wort, glaube ich. Und Streitstiften, Unruhestiften. Das kommt aus der, das das Fitna-Stiften in der Content-Trader-Bubble kommt tatsächlich durch TikTok. Durch die TikTok-Live-Matches. Aber, aber Fitna in anderen Bubbles. Aber es gab eben auch Fälle, wo er das nicht mit großen Kanälen gemacht hat, sondern auch mit kleineren Channeln beziehungsweise Privatpersonen, die halt irgendwas gepostet haben, was er nicht gut fand. Und das ist schon so weird. Aber dazu kam halt noch, dass es vorgekommen ist, dass bei Christian dann die Klarnamen in der Story zu sehen waren. Und dazu kam dann noch, dass es vorgekommen ist, dass er Gewinnspiele gemacht hat unter den Leuten, die bei den anderen Kanälen drunter kommentieren. Was halt obviously auch dafür sorgt, dass manche Follower rübergehen und dann da haten. Und ganz ehrlich, das geht nicht. Das war aus Versehen. Da hat er nicht drüber nachgedacht. Das war aus Versehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas passieren könnte. Aber das ist schon wild. Ich meine, der hatte auch, glaube ich, auf TikTok hatte der also mehrere hunderttausend Follower. Wenn du dir da einfach kleine Leute rauspickst, die einfach nur ihre Meinung zu Produkten sagen oder einfach nur am rumhaten sind von mir aus auch so, die werden natürlich des Todes weggehatet von der Community. Das ist so, als würde KuchenTV anfangen, auf TikTok eine Follower-Schaft generieren und da einfach mit dem Finger auf Leute zeigen. Auch den finde ich blöd. so. Wir würden dasselbe rauskommen, so. Also, unter der Voraussetzung, dass dieselbe Community auf YouTube ihm auch auf TikTok folgt. Ich persönlich finde es auch ohne Gewinnspiel. Denn die Brie ist dann angriffslustig bei ihm. Buchenkinder ist. Die sind angriffslustig. Immer ziemlich unangenehm, wenn irgendwelche großen Kanäle andere Leute in ihrer Story taggen, gegen die sie gerade fronten. Denn das hat immer zur Folge, dass dahin eben auch dummer Hate geleitet wird. Das hat aus meiner Sicht ganz schnell auch so wacky Vibes und insbesondere natürlich mit einem Gewinnspiel dazu. Und halt gerade dann, wenn Indie... Vor allen Dingen mit einem Gewinnspiel dazu. Die geben dir aber noch mal extra viel Reichweite und Engagement. Stell dir mal vor, ein Rezo oder so macht ein Gewinnspiel, frontet dich aber noch, weil die gerade Beef haben und packt dich dann mit Klarnamen oder mit Tagnamen auf Instagram oder sowas dann in die Story. Ist ja niedergerannt im Internet. Das ist ja nie wieder Ruhe. Dieser ganzen Babbel, die sich mit sowas halt mehr befasst, einfach Toxic-as-Fuck-Leute zum Teil sind. Also generell auch von allen Seiten. Nur mal ein Beispiel. Der Luca hatte ja aufgrund von den Bedrohungen bestimmte Videos wieder gelöscht und wurde dann von Leuten fertig gemacht, dafür, dass er eingeknickt sei. Denn ich wurde von euch verurteilt, beleidigt und fertig gemacht. Diese Kommentare haben mir echt gezeigt, wie eklig Menschen sein können. Und jetzt kommt raus, dass ich das Ganze nur zum Schutz meiner Familie gemacht habe. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gefühl ist? Also das muss man sich halt mal vor Augen halten. Die Bodybuilding-Fitness-Bubble ist heftig toxisch. Heftig toxisch. Das ist wirklich übel. Sag's was gegen deinen Lieblings-Influencer. Boom, hate storm. Luca macht Videos zum Thema und dann sitzen da Leute vor ihrem Handy und fronten ihn dafür, weil er nicht so shootet, wie sie es gern hätten. Also im Zweifel könnten diese Leute ja auch die Videos machen, die sie gern in der Welt sehen würden, aber lehnen sich zurück und fronten Luca dafür. Strong. Also Digga, der ist 17, was der schon für scheiße erlebt hat. Aber auch das, also die Dynamiken in der Fitness-Bubble zum Beispiel, sind ein Thema, das dieses Video ja komplett sprengen würde. Deshalb machen wir weiter mit dem nächsten Thema. So, es haben in diesem Kontext bei den Kritikern auch Leute über ihre eigenen negativen Erfahrungen gesprochen. Zum Beispiel, weil sie irgendwelchen InfluencerInnen gefolgt sind und durch deren Content wie die Werbung für Moor machen, hätten sie dann ein Suchtverhalten entwickelt oder Das ist, das ist dieses Backseat-Beefing. Ja, Backseat-Gaming, man kennt es so, ja, das musst du dir so und so machen, so, ne? Aber Backseat-Beefing, ey, mach doch mal so ein Ansage-Video gegen den und den da. Ja, mach mal so, genau, ja, doch, warum machst du das nicht so? Hast du keine Argumente oder was? Das ist halt, also das Argument ist viel besser so. Das ist halt, ja, wir mögen doch alle Be-Filing, wenn wir nicht drin involviert sind. Aber deswegen jemanden zu fronten, das macht gar nichts. Irgendwie ein anderes destruktives Verhalten. Also das, den halt dieser Content nicht gut tat. Und deswegen an dieser Stelle ganz kurz generell, passt auf Social Media auf, konsumiert das, was euch gut tut und wenn ihr merkt, dass euch irgendein Content nicht gut tut, dann guckt euch das nicht an und wenn ihr es nicht selber schafft, holt euch dabei Hilfe. Und was gut tut oder nicht, ist bei jedem auch was anderes. Mir tut zum Beispiel Content nicht gut, wo so ein Perfect Life gezeigt wird. Also schöne Menschen an bildhübschen Orten, die die beste Zeit ihres Lebens haben, immer und jeden Tag. Für andere ist das maybe schöner. Das kann ich auch gar nicht haben, ne? Das kann ich auch gar nicht. So unauthentisch. ADM1RAL-Hipster-Cheert-X100 Ich betreibe nur Backseat-Streaming. Ich sage, worauf du reacten sollst und untermauere meinen Stand PUNTK mit Gifted-Subs-Lul. Stimmt. Vielen Dank für die 100-Bits. Akkurate Beschreibung deiner Online-Präsenz. Akkurat. Inspirierender Content. Bei mir macht das aber dauerhaft, dass ich nachts wach liege und mich kacke fühle. Und gerade wenn es um Abnehmen geht oder Muskeln aufbauen oder irgendwie sowas, ist es umso wichtiger, dass ihr in euch reinhört, was dieser Content mit euch macht. Weil was für die eine Person total gut ist, ist für die andere Person halt nicht gut. Wenn es zum Beispiel einen Kanal gibt, wo jemand fast jeden Tag Sport macht und halt voll auf Ernährung auch achtet, kann das für manche Leute super motivierend sein, die eigenen Ziele zu erreichen. Und das ist ja cool dann, wenn es Leuten hilft, aber anderen Leuten baut das vielleicht zu viel Druck auf und dann ist das nicht so gut. Insofern lasst euch auch nicht von anderen Erfahrungen einreden, was ihr selber fühlt oder braucht. Bei Moor seht ihr zum Beispiel ganz... Das ist auch so das Allerlosteste. Ich weiß nicht, wann ich das verstehen musste, aber ich hab's relativ schnell verstanden. Wenn andere Leute dir Erfahrungen aufsprechen wollen, die du brauchst in deinem Leben. Bro, bist du ich oder was? Woher willst du das denn wissen? Das ist so ziemlich das Allernervigste. Ja, mach das mal lieber so. Hält dein Maul. Get off my back. Lass mich in Ruhe. Diese... Vor allen Dingen, das triggert mich immer von hier bis zum Mond. Das war bei mir mit meinem ADS schon immer so. Ich hab ne kleine... Ich würd nicht sagen Lernstörung, aber Lernkomplikation. So. Ich lerne auf meine eigene Weise und ich bin auch nicht langsam im Lernen, aber ich hab gewisse Ansprüche, gewisse Eigenarten, wenn's um Dinge geht, die ich lerne, wenn ich Dinge verstehen muss. Das war beim Sport so, das war in der Schule so, das war immer so. Und dann gibt das immer Leute und jetzt auch beim Content Creation so, es gibt immer Leute, die meinen, funktioniert bei mir so, ergo muss es bei dir auch funktionieren. Und warum nimmst du das nicht an? Und komm um die Ecke und wollen dir ihren Standpunkt, ihre Handhabe im Leben aufzwängen. Und das macht mich so mad. Weil A, A, nimmt mir das meine eigene fucking Agency. So, ich... Ne? Mein Leben, ich entscheide schon, wie ich das mache. Kannst du mir gerne einen Tipp geben, wie es für dich funktioniert. Aber nur weil es für dich funktioniert, funktioniert das nicht unbedingt für mich. Und ich adaptiere das schon gerne. Muss man ja, muss ja sowieso jeder für sich machen. Filtern den Input, den du bekommst, musst du ja filtern und dann gucken, wie du das umsetzt in deinem Leben. So, aber die Leute, die genau diesen Filterprozess, dieses, ne, anwenden und dann halt umsetzen so, nicht verstehen, sagen einfach, ja, mach das einfach genauso. Warum machst du das nicht genauso, wie ich dir das gerade gesagt habe? Weil du die Klappe halten sollst und mich in Ruhe lassen sollst. Ich mach das schon so, wie ich glaube, dass ich es schaffe. Dann krieg ich direkt wieder Pulse. Ah! Du kommunizierer. Moin Berliner. Jung. Berliner Jürgen. Jürgen. Ja, Berliner Jürgen. Hm, die Leute sollen mal nach Lernmethoden, nach Lehr-Lernmethoden googeln. Oh, ne Witz. Also, da hab ich mich, da hab ich mich mit meinem, mit meinem, mit gefühlt, jedem Trainer, mit jedem Trainer anlegen müssen, so. Weil, und das ist halt, da kommt wieder ADHS durch, so, ne? Gerade auch wieder bei Sport, Fitness und sowas, so. Es gibt halt gewisse Abläufe, die musst du halt auf eine gewisse Weise machen, so. Zum Beispiel, nicht zu schweres Gewicht nehmen und, äh, nicht zu oft schweres Gewicht, so, sondern nur langsam und dich langsam vorarbeiten, so. Und erst, wenn du halt über Monate hinweg immer ein Stück weit mehr Gewicht nimmst, dann merkst du überhaupt, dass du stärker wirst, so. Und so kann ich nicht lernen, so kann ich nicht arbeiten. Ich muss direkt Erfolge sehen. Ich muss von Stück, von Erfolg auf von, und die, die können egal wie groß sein, das ist wirklich völlig irrelevant. Sie müssen anspruchsvoll sein und sie müssen Dopamin auch schotten, so. Ich muss von einem kleinen Teil Erfolg zum nächsten kleinen Teil Erfolg. Und das führt dazu, dass ich zum Beispiel beim Kreuzheben, letzt auch wieder, obwohl ich eigentlich mit wenig Gewicht arbeiten sollte, habe ich immer mal wieder Phasen, wo ich gar keine Motivation habe. Und was mache ich dann? Ich teste einfach aus, wie stark ich bin. Ich nehme einfach ein bisschen mehr Gewicht, als ich sollte, bewege das, fühle mich gut, motiviert und fange dann wieder an, meinen Trainingsplan wie sonst weiter fortzuführen. Ich würde irgendwann aufhören, weil ich die Konzentration und die Motivation verlieren würde, wenn ich das Gefühl hätte, im Kreis zu treten. Andere Menschen brauchen aber diese Stabilität und Struktur, dieses im Kreis getreten, was ich als unglaublich beengt, und Kräfte im Zähnen empfinde. Das aber mal einem Coach zu erklären, oder, nee, ich mache das schon seit 10 Jahren so und für mich funkt, ja, das ist ja schön, dass das für dich so funktioniert. Aber ich würde einfach aufhören, diesen Sport zu betreiben, auch wenn ich dafür brenne. weil ich keine Motivation aus dem Scheiß ziehe. Und das ist beim Lernen und das ist bei allen anderen Sachen ähnlich. Ich verstehe nicht, dass Leute nicht verstehen wollen, dass andere Menschen anders lernen, die Dinge anders wahrnehmen. Ah, ich verstehe es nicht. ganz viele positive Beispiele von Leuten, denen die Produkte geholfen haben. Und das ist auch gar kein Vorwurf, weil es ja nachvollziehbar, dass die das zeigen wollen. Und auf der anderen Seite zeigen JournalistInnen natürlich Beispiele, wo Leute eine negative Erfahrung gemacht haben, weil es denen halt darum geht. Da hatte ich zum Beispiel auch neulich einen Aufruf gesehen, wo explizit gesagt wurde, dass man nicht mit Leuten mit positiven Erfahrungen sprechen möchte, sondern ausschließlich mit Leuten, die eine negative Erfahrung gemacht haben. Und auch das ist letztlich ja fein, weil jede einzelne Erfahrung ja für sich legitim ist. Aber beides hat auf jeden Fall keine statistisch signifikante Bedeutung bei Hunderttausenden oder einer Million Kunden. Und vor allen Dingen gibt beides euch im Regelfall nicht die Antwort darauf, ob euch etwas helfen würde. Coaches sind meistens beratungsresistent, denn sie sind ja Coaches, weil sie es besser wissen. Und das Gefühl habe ich leider auch oft. Und das ist schade. Weil es wäre ja viel konstruktiver, wenn man daraus einen Dialog machen könnte. Und dann halt perfektionistisch an dem Trainingsplänen oder an dem, was, was, weswegen man sich einen Coach holt, und dann halt arbeiten könnte. So im Dialog halt. Aber nee, es gibt nur diese eine Weise und die wird vorgegeben, um das zu machen. Und diese Art der Autorität und so und diese Unterwürflichkeit, da kommt der Rebell schon wieder in mir raus. Das kann ich nicht. Da mache ich aus Prinzip dann schon nicht hinzu. Das kann ich schon nicht. Oder nicht. Körper sind individuell, Ziele sind individuell, Erfahrungen sind individuell und ihr solltet für euch immer entscheiden, welcher Content euch gut tut und welcher nicht. War mir einfach wichtig, an dieser Stelle nochmal darauf hinzuweisen. So, kommen wir zum Abschluss. Wir haben in diesem Video eine Menge Kritik und Vorwürfe behandelt. Teilweise aktuellere Sachen, teilweise auch ältere Sachen. Dieses Video konnte, wie gesagt, keine vollständige Liste sein, aber ich wollte euch eine Übersicht über die Sachen geben, die ich halt häufig in Kommentaren, DMs oder in seriösen Quellen gefunden habe. Christian Wolf hatte sich bei Moore vor einem Monat komplett rausgezogen. Das bestätigte Moore und bezeichnete diese Entscheidung für einen richtigen Schritt. Überprüfungen anderer Medien kamen auch zu dem Ergebnis, dass er komplett raus ist. Dazu wurde unter anderem berichtet, dass er keinen Vertrag, keine Verantwortlichkeiten und auch keine Entscheidungsbefugnisse mehr habe. Also er ist komplett raus. Hat keinerlei Assoziationen mehr zu der Marke. Das ist konsequent. Und da das Unternehmen auch keine Dividendenpolitik habe, erhält er auch keine laufenden Ausschüttungen oder so. Also er sei nur noch Teil einer Gruppe von Minderheitsinvestoren, hat aber auch da keine Kontrollrechte. Und manche von euch wissen ja auch, dass ich Christian kannte. Also ich war ja sogar in seinem Podcast. Da war immer guter Vibe. Aber trotzdem finde ich es absolut gut, dass Christian bei Moor raus ist. Und gerade weil ich die Kooperation mit Moor und die Produkte persönlich sehr mag, war es mir unglaublich wichtig, auch... Vor allem, ich finde es nochmal wichtig, dass er hier bestätigt und nochmal bekräftigt, dass obwohl er eine gute Beziehung zu jemandem hatte, dass nicht automatisch die grüne Karte für alle beteiligt ist. Also zu mir war er ja immer ganz nett. Aber das ist immer das ganz Nervige eigentlich. Wenn er eine Kontroverse ist, ja, aber nee, also mich hat er ja nie getreten, deswegen kann er ja niemanden getreten haben. Das ist halt Quatsch. Das ist die Argumentation, das ist halt Quatsch. Und ich finde es gut, dass er nicht diese Argumentation anbringt. Klar, aber aufzeigt, dass die Kontakt hatten. Also dadurch versucht, das in der Berg zu halten, obwohl man es weiß so. Und vor allem, dass deren Verhältnis in der Vergangenheit auch immer gut war, muss er ja auch nicht verheimlichen. Das ist ja... Finde ich aber gut, dass er das am Ende nochmal anspricht. Persönlich nochmal zu überprüfen, ob diese Trennung zwischen Moor und Christian wirklich da ist. Also auch wenn andere JournalistInnen zu diesem Schluss gekommen sind, wollte ich es halt für mich selbst nochmal überprüfen, soweit es mir halt möglich ist. Und ich kann jetzt natürlich nichts einblenden, aber mir liegen interne Dokumente vor, die diese Trennung bestätigen und auch in einer deutlicheren Form, als ich jetzt gedacht hätte. So, wir haben es geschafft. Ich kann mir vorstellen, dass für manche von euch jetzt echt viele Infos auf einmal waren. Wir haben über Bedrohung gesprochen, über die Art der Kommunikation, also die Art, wie man Werbung machen sollte oder nicht Werbung machen sollte und wie die sich auswirken kann. Wir haben über Aktionen gesprochen, die sich einfach nicht gehören und vieles mehr. Es war gar nicht so easy, dieses Video zu machen, weil es zwar super viele Infos irgendwie gab, aber halt anders als bei meinen sonstigen Videos, viel weniger seriöse, gesicherte Quellen und ganz viel Meinung, die man erstmal so einordnen musste. Also ich habe zum Beispiel noch für kein Video ansatzweise so viele Stunden Telefonate geführt. Mir war das halt wichtig, weil ich mich persönlich natürlich auch mit diesem Thema auseinandersetzen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen mehr Klarheit in dieses Chaos bringen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und Peace. Ich bin raus. Nö, fand ich, das war das angemessene Statement, was ich auch erwartet habe. Äh, genau so. Also, aufarbeiten, was dort halt herrscht. Oh, aha, die Geschichte des Antisemitismus ist wild. Warte. Hier, Teiler, da müssen wir auch mal rein irgendwann. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, da war ich so gesprunghaft. Ach, genau.